Was geht ab hier in den Hockeyspielern Deutschland? Herzlich Willkommen zu unserer ersten Folge Rollercast. Mein Name ist Tobi Grebestein. Mein Name ist Sven Reuter. Und heute steigen wir einfach mal direkt in unser Thema ein. Sven, warum jetzt Podcast? Drehen wir jetzt hier völlig am Rad oder was ist los? Ja, man könnte tatsächlich denken, wir drehen völlig am Rad. Allerdings haben wir in den letzten Monaten so viel angestoßen, so viele Themen auf dem Schirm, damit wir einfach gedacht haben, wir suchen uns ein Medium, wie wir das transportieren können. Podcast ist ja momentan in aller Munde. Und dann haben wir gesagt, lass uns einen Podcast machen. Wir können über Teams, über die Liga, Sponsoren, über alles Mögliche reden. Und jeder, der Lust und Zeit hat, kann sich das anhören beim Einschlafen während der Autofahrt. Ich denke, das ist eine ganz coole Idee. Definitiv. Und unser Anbieter ist auch ziemlich cool. Wir machen das über Ankur.fm. Jeder, der es nicht kennt, ist ein Tool, was uns dabei hilft, in allen Medien präsent zu sein. Und das geilste Feature ist eine Funktion namens Voicemail. Das heißt, ihr könnt uns aus der Community heraus Fragen stellen. Wir besprechen das dann und veröffentlichen die Fragen in regelmäßigen Abständen und diskutieren darüber. Und da fangen wir direkt mal an. Wir haben eine Frage bekommen aus dem wunderschönen Mannheim. Wir schalten mal kurz rein. Ja, servus Jungs. Sebastian aus Mannheim hier. Wir wollten euch nochmal ein fettes, fettes Dankeschön für die geile Auftaktssaison letztes Jahr dalassen. Und über den traurigen Ausgang aus unserer Sicht wollen wir jetzt mal nicht reden. Aber viel wichtiger die Frage, wie kamt ihr denn auf die Idee mit der PRHL? Und was hat es denn damit auf sich? Ja, Sven, was sagst du dazu? Warum ProRollerHockeyLeague? Was hat uns dazu geritten, das Thema so voranzutreiben? Ja, das ist schon ein bisschen längere Sache, die uns im Kopf rumschwirrt. Wir hatten so im Herbst, Winter 2019 die Idee, dass wir im Inland-Hockey was Neues auf die Beine stellen müssen, die in Anführungszeichen verlorenen Teams wieder einfangen. Und dann hatten wir so in Mannheim eine Idee, so etwas Ähnliches wie die DHL ins Leben zu rufen, so im Turniermodus. Dann haben wir beide uns kennengelernt und haben uns überlegt, was wir denn Schönes daraus machen könnten. Und dann haben wir die ProRollerHockeyLeague gegründet, eigentlich mit der Idee, vier, fünf Turniere im Jahr zu machen, fünf, sechs, sieben Teams und am Ende einen Gewinner auszuspielen. Aber irgendwie hat sich das verselbstständigt. Wir in Hessen, also beziehungsweise wir mit den Gießen-Ducks hatten die Idee gehabt, auch von dieser Hessen-Liga. Da waren einige Teams, die nicht mehr aktiv in einem Liga-Betrieb gespielt haben und da haben wir Kontakt aufgenommen zu Rüsselsheim, zu Egelsbach und anderen Mannschaften. Haben einfach mal ein bisschen gebrainstormt, was können wir machen, was können wir in unserer Region aufziehen. Und ja, wie du schon sagst, wir haben uns kennengelernt, über die Idee gesprochen. Du hast mich seinerzeit im Skiurlaub angerufen, vor allem rappelt das Telefon, Sven ist dran, sagt, hey, hör zu, ProLeague, geiles Thema. Na ja, dann haben wir unsere Energien zusammengetan und haben was Geiles auf die Beine gestellt. Relativ schnell kam Baden-Württemberg dazu und ehe wir uns versehen haben, waren wir auf einmal 17 Mannschaften. Wie viele waren wir da? Ja, 17, aber das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe dich angerufen und dich gefragt, ob du so ein ganz kleines bisschen helfen könntest. Wir haben jemanden, der die Homepage machen würde und so ein bisschen das Grafikdesign und so. Der kann aber von der Arbeitszeit nicht so viel Zeit einbringen. Vielleicht könntest du so 15, 15 Prozent der Arbeit ihm abnehmen. Am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass wir beide das machen und er leider ausgestiegen ist, bevor er eingestiegen ist. Deshalb war das im Nachgang, wenn man denkt, ja, hilf mal ein bisschen mit. Und jetzt sind wir 17 Mannschaften. Die Liga wächst, das Team wächst. Also es ist schon ganz cool, was da entstanden ist. Ja, ich wollte gerade sagen, das liegt jetzt nicht nur an uns zwei. Das Team ist natürlich echt enorm riesig, was dahinter steht. Wir haben ein Organisationsteam für jeden, der es noch nicht mitbekommen hat, von ca. 26 Personen, was dann von dem Bereich Schiedsrichter über Nachwuchsarbeit, über Öffentlichkeitsarbeit, der ganze Bereich, aber auch so eine, ich nenne es mal Vorstandsarbeit, obwohl wir jetzt ja kein offizieller Verband bzw. Verein sind wir. Aber wir haben ja auch eine Art Vorstand, die jetzt alles lenken und leiten und wir uns auch eng abstimmen. Und das Team wächst halt jeden Tag. Ja, es ist echt unglaublich, wenn du dann einen Post machst in Facebook oder Instagram und im Nachgang kriegst du eine Nachricht in WhatsApp, hey, geiler Post, kann ich euch helfen. Ja, also diese Nachricht haben wir jetzt echt schon seit Mitte letzten Jahres, dass Leute sich an uns wenden und sagen, ich würde gerne was übernehmen, ich würde gerne was in der Jugend machen, ich würde gerne was in Social Media machen, ich würde gerne einen Trainer machen, ich habe eine Mannschaft. Also tatsächlich so Schiedsrichter, ja, wir haben fünf oder sechs Leute, die sich um die Schiedsrichter kümmern. Also es ist schon verrückt, wenn man überlegt, dass man so mit so einer kleinen Idee anfängt und plötzlich das so wie so eine Lawine losrollt. Und das macht auch natürlich Spaß, wenn du so ein riesiges Team hast und auf dich verlassen kannst, dann wächst das von alleine. Ja, jeder bringt eine Idee ein, jeder kennt wieder jemanden, ich rufe mal das Team an, ich rufe mal den Schiedsrichter an, ich rufe mal die Spieler an und dann wachsen wir. Und das ist natürlich schon, das macht Spaß. Definitiv. Also mir ist aufgefallen, dass wir bei sehr vielen Teams auf dem Radar sind, die wir gar nicht auf dem Radar haben. Auf einmal kommen Teams aus Ecken, aus Deutschland, wo ich gar nicht wusste, dass da Innern Hockey gespielt wird. Wir haben jetzt Anfragen aus dem hohen Norden bekommen, Bayern wächst von Tag zu Tag weiter. Dort haben wir auch festgestellt, dass gerade für Eishockey-Mannschaften mittlerweile Innern Hockey ein Thema ist und das greift natürlich halt auch auf und nimmt die ganze Dynamik mit. Und wir freuen uns, wenn wir sozusagen mit Eishockey Hand in Hand hergehen können, weil natürlich die Zeiten, in denen Hockey gespielt wird, perfekt miteinander übereinstimmen. Ja, das ist schon so. Früher war das ja immer so, dass die meisten Trainer kein Innern Hockey wollten. Ja, das versaut die Technik und das stört und lieber Sommertraining. Es ist aber tatsächlich so, dass auch, da muss man ja ganz klar sagen, immer mehr NHL-Spieler Inland Hockey spielen, dass es bei den Trainern angekommen ist und die Trainer natürlich auch merken, ich kann meine Kids hierbei zusammenhalten. Ich muss nicht hoffen, dass wenn der Sommer rum ist, vielleicht drei oder vier in einer anderen Sportart abgewandert sind, weil sie den Sommer überbrückt haben, sondern die Vereine merken jetzt auch, hey, cool, wir bieten Inland Hockey an, dann können wir das ganze Jahr das Kind bei uns im Verein halten und dadurch wächst man natürlich ungemein. Und es ist tatsächlich so, dass Teams auf uns zukommen und sagen, hey, ich bin aus der in der Region, ich würde gern was machen, habt ihr eine Mannschaft, habt ihr eine Möglichkeit. Es hat uns wirklich ein Team angerufen aus dem ganz hohen Norden, die waren so verrückt, dass sie gesagt haben, bei uns in der Region gibt es gar keine Division, ihr bietet da nichts an, ist aber kein Problem. Wir kommen auch fünf- oder sechsmal in die nächstgelegene Division gefahren, einfach weil wir Bock haben zu spielen. Und dann merkst du halt schon, dass das Inland Hockey doch viel größer ist, als es die letzten Jahre war und dass die Jungs und Mädels richtig Laune haben da dran. Vor allen Dingen auch die Vereine, die jetzt mit uns im Gespräch sind, die neu dazukommen, also gerade aus dem Eishockey-Bereich merkt man, dass die Investitionsbereitschaft auch hoch ist, dass quasi Sportböden angeschafft werden, weil natürlich die Eigenschaften, wie du schon eben gesagt hast, das Inland-Hockey-Training beziehungsweise das Sommertraining für Eishockey-Spieler ist nicht mehr so, wie es früher in den 90ern war, dass man mit irgendeinem Ball auf irgendeiner Betonplatte rumgelaufen ist, sondern man hat heutzutage eine richtig gute technische, materielle Voraussetzung mit einem Boden, der dem Eis ähnelt, mit dem Puck, der da drauf wahnsinnig schnell läuft. Man hat mittlerweile sogenannte Massplates, spezielle Schienen, die auch ein Fahren der Schlittschuhe simulieren. Massplates übrigens an der Stelle auch Sponsor bei uns in der Liga und auch die NHL-Spieler in Amerika, die steigen auch groß als Investor mittlerweile da ein. Das ist ein absolutes Thema. Es ist echt verrückt, wenn wir mit den Jungs von Massplates echt engen Kontakt und sind dann auch so eine Art Testballung, haben da Chassis bekommen in der Vorserienproduktion. Und wenn du dich dann mit denen austauschst und dann mitbekommst, das letztes Jahr im Sommer so ziemlich die ganze NHL das Chassis bestellt hat, um ihr Sommertraining darauf zu gestalten, dann merkt man einfach, dass nach 25 Jahren Inland-Hockey und Eishockey endlich ein bisschen enger zusammenrücken und man kein Feind ist. Man kann das schön miteinander verbinden und man kann Synergien ausbauen und auch, muss man klarerweise sagen, diese Hockey-Courts, allgemein genannt Sport-Courts, sind halt einfach in eine Preisregion gekommen, in dem man sich als Verein das auch überlegen kann, investiert man da Geld, Großfeldboden kostet irgendwie 35.000 Euro und dann kann ich eine komplette Eishalle oder ein Eishockey-Feld damit auslegen. Das waren früher dreifache Preise. Und da merkt man halt, dass die Vereine überlegen, wie kann ich meine Mitglieder an uns binden und dann bleibt halt einfach nur Inland-Hockey als artverwandte Sportart. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Das ist für die Jugend gut, das ist für die Liga gut, das ist für den Sport gut und dann hat man vielleicht auch mal wie letztes Jahr den einen oder anderen Profi, der bei uns mitspielt. Definitiv. Apropos Sponsoren, wir haben momentan noch eine kleine Aktion. Hören wir mal kurz rein. Momentan gibt es von unserem Partner BioSteel die sogenannte Team Promotion. Alles, was ihr tun müsst, ist auf die Website bioSteel-sports.de gehen und euer Team registrieren. Im Anschluss könnt ihr für 7,95 Euro satte 10 Kilo Supplements bestellen. Das sollte die nächsten Monate für euch und euer Team reichen. Vielen Dank an BioSteel für diese coole Aktion. Ja Sven, das Paket von BioSteel ist echt der Hammer. 10 Kilo, ey, das Ding stand bei mir vor der Tür. Was hast du dazu bei dir? Ja, das ist total crazy. Ich habe den DHL-Fahrer gesehen, der hat es wegen Corona ja nur vor der Tür abgestellt und da dachte ich, naja gut, holst du das Paket rein. Ich habe mir fast einen Bruch gehoben und mache das Ding auf und da sind ja 10 Kilo Material drin. Also es ist echt, echt total verrückt. Kommen wir mal zum Ausblick 2021. Wir wissen jetzt alle, Corona wird die Bundesrepublik noch ein bisschen im Griff haben, noch uns ein bisschen bespaßen. Aber nichtsdestotrotz, in der Pro-Roller-Hockey-League geht die Planung ganz normal weiter. Dass wenn morgen die Regierung sagt, wir können spielen, drücken wir auf den Knopf und die Maschinerie gerade los. Was sind die Aussichten 2021? Was haben wir Neues an Bord, Sven? Ja, wir haben uns halt relativ schnell überlegt, was machen wir? Warten wir, bis das Ganze vorbei ist oder fangen wir mal an? Und dann haben wir gesagt, nee, lass uns mal loslegen, so wie du gesagt hast. Wir werden dieses Jahr zum ersten Mal die Jugend mit an Bord haben in verschiedenen Jahrgängen. Welche genau wissen wir noch gar nicht, weil wir echt viel Nachfrage aktuell haben. Wir werden nochmal gucken, ob man die Jahrgänge vielleicht ein klein bisschen ans Eishockey anpassen muss, damit alle da zufrieden sind. Was wir mit Sicherheit haben werden, ist ein U-20-Jahrgang. Wir haben uns intern entschieden, aus einer U-19 einen U-20-Jahrgang zu machen, weil wir einfach der Meinung sind, dass es A, besser ist für die Kids, dass sie noch ein Jahr spielen für die Junioren, bevor sie zum Herren müssen. Und B, weil wir der Meinung sind, letztes Jahr ist dieser Jahrgang praktisch verloren. Die haben kein Spiel gehabt letztes Jahr, kein Turnier, kein Freundschaftsspiel, kein gar nichts haben turniert. Und jetzt wäre der eine oder andere wäre jetzt aus diesem Jahrgang rausgefallen, ohne ein Spiel mit seinen Freunden gemacht zu haben. Und da haben wir uns mit den anderen Teams abgestimmt und haben dann hier einen U-20-Jahrgang rausgemacht. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Dann sind die 20 und dann haben die nochmal Spaß und dann müssen sie ja leider in den Herrenspielbetrieb. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Und sonst gucken wir mal, was wir an Jugend noch auf die Beine kriegen. Das sieht klassisch nach einer U-14, U-16 aus. Vielleicht sogar was Jüngeres mal. Wir haben einen Eishockey-Verein, ist U-11 bei denen ganz groß. Da müssen wir noch ein bisschen Gespräche führen und lassen uns überraschen. Auch in den Bundesländern haben wir jetzt mittlerweile die Reichweite erhöht. Also ich weiß jetzt nicht, wo der Podcast landet, wer ihn alles hört. Aber wir sind auf jeden Fall mit NRW im Gespräch. Wir haben da auch mit dem Hockey-Department Kontakt aufgenommen und sind fleißig am Planen. Ebenso gehen auch die Kooperationsgespräche in Richtung Sachsen. Also das heißt sowohl Osten als auch Westen, im Süden Bayern, im Norden Richtung Hamburg, Niedersachsen die ganze Ecke. Also wenn ihr was hört, wenn der Podcast bei euch landet, ihr habt noch nichts von uns gehört, sprecht uns einfach an und wir gehen mit euch die Planung für das kommende Jahr durch. Ja, das ist total cool, dass wir mal wieder in die Bundesländer kommen, in denen wir die letzten Jahre oder Jahrzehnte nicht so waren. Ich bin jetzt 25 Jahre dabei. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Spiel in Hamburg oder so gemacht habe oder Hamburger irgendwo bei uns war. Klar, mal auf irgendeinem Turnier, aber jetzt im Liga-Betrieb nicht. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. In NRW gibt es viele, viele Inland-Hockey-Teams und in Sachsen auch. Und da versuchen wir einfach so ein bisschen eine Verzahnung herzustellen, damit man am Ende des Tages sagen kann, wir haben ein schönes Finalturnier mit vielen Bundesländern. Ein kleiner Ausblick noch zu unserer Planung. Wir planen ein sogenanntes All-Star-Game. Tatsächlich, wie ihr es kennt, aus der NHL, wo dann Bayern gegen Sachsen und Nordrhein-Westfalen gegen Hessen spielt. Und das ist richtig cool. Wir werden da auch die ganzen Minigames aufgreifen mit Faster Skater, mit Herdester Schuss. Mit Skill Competition, das ganze Programm. Höchstwahrscheinlich werden wir das in der Ecke Düsseldorf ausrichten. Wir werden auch auf alle Bundesländer rechtzeitig zukommen. Wir haben jetzt schon die ersten Gespräche geführt. Aber das wird eigentlich mal eine geile Sache. Also inklusive Livestream und dann Party. Wie gesagt, alles, wenn Corona vorbei ist. Aber Sven, das wird eine geile Sache, oder? Das wird total super. Die Grundidee war eigentlich zu sagen, wir machen das zum Saisonstart, um dann so ein bisschen die letzte Saison nochmal Revue passieren zu lassen. Auch so Spielerehrungen vorzunehmen. Einfach nicht nur sagen, du bist der Topscorer, du bist der beste Spieler, sondern wirklich so die Leute einladen und dann so ein bisschen abends zusammensitzen. Das ging jetzt leider wegen Corona nicht. Und zum Saisonstart wird es ein bisschen knapp dieses Jahr. Aber irgendwann im Mitte des Jahres machen wir mal so eine Pause, eine All-Star-Game-Break mit allen Spielen. Und dann ziehen wir die Leute zusammen. Und ich glaube, das wird richtig lustig. Mit denen wir gesprochen haben, die sind auch schon total heiß. Und dann werden wir natürlich auch so richtige Trikots für die Bundesländer und Hosen und so. Also wie man sich das vorstellt. Ich glaube, das wird eine richtige Gaudi. Und wenn da jedes Bundesland ist, was wir im Kopf haben, eine Mannschaft meldet, dann haben wir am Ende sechs, sieben Teams da. Also da wird zwei Tage Action sein. Kommen wir nochmal zum Ende. Wir haben einen Kanal namens Discord. Jeder, der es nicht kennt, das ist ein Programm, was aus dem Gaming-Bereich kommt. Man kann darüber wunderbar sich zusammensetzen, also wie Kanäle zum Streamen. Man kann Videos teilen, man kann darüber chatten. Und wir haben dort in allen Bereichen, in allen Divisionen von Jugend über Schiedsrichter, über die Bundesländer haben wir Informationskanäle. Jedes Team in Deutschland, ob es jetzt aktiv schon bei uns dabei ist oder nicht, kann sich einfach dazu anmelden. Den Link packen wir auf die Website, dann in die Beschreibung der Folge. Und klickt einfach mal drauf, kommt an Bord, lernt uns kennen. Und bekommt einfach mal kostenlose Informationen von uns. Ja, kommt rein, stellt Fragen, wie der Ablauf ist, was das kostet, was ich für Voraussetzungen habe. Und alles, was euch so interessiert zum Thema Inländergehen in Deutschland, könnt ihr einfach mal da reinpacken. Und dann ist immer einer von uns online und beantwortet das relativ schnell. Wir sind ja schon eine schöne Community geworden. Also da sind schon über 100 Leute im Discord-Kanal. Das ist eigentlich ganz lustig. Es gibt sich gegenseitig Informationen, zum Beispiel unsere Ausländer ein Spiel haben. Fabian Mörschler hat am Wochenende den Pokal gewonnen. Copa del Rey in Spanien. Glückwunsch nochmal. Und dafür ist es da. Also einfach nicht nur was Ligatechnisches zu vermitteln, sondern auch zu sagen, was geht ab in der Inland-Hockey-Welt. Definitiv. Du hast schon angeteasert, nächste Folge. Fabian Mörschler. Wir werden mal auf das Thema eingehen, was die Deutschen so im Ausland machen. Wir haben jetzt ein Gespräch geführt, schon Termin vereinbar. Das heißt, nächste Folge werden wir zu dritt hier unterwegs sein in unserem Podcast. Und ja, ich finde es ein cooles Medium. Ich meine, wir zwei telefonieren eh den ganzen Tag. Wir haben fast eine Standleitung. Ich denke, wir könnten uns auch Walkie-Talkies besorgen. Dann brauchen wir nicht auflegen jedes Mal. Und so ein Podcast, der ermöglicht uns dann schon, mal den Leuten die Informationen auf einen schnellen Weg zu kommen zu lassen. Ja, wenn wir ein Walkie-Talkie von Gießen-Frankenthal hätten, das wäre ein Klassiker. Aber jetzt ist es schon so, dass wir am Tag schon mehrere Stunden Zeit investieren aktuell. Aber nicht nur wir beide, das ganze Team. Aber wir beide natürlich extrem viel kommunizieren. Deshalb finde ich den Podcast ganz cool. Dann können wir mal kurz und knapp ein paar Infos raushauen, was gibt es Neues. Und ich freue mich auch echt auf die Folge mit Fabian. Weil man einfach mal den Eindruck bekommt, wie ist denn Inland-Hockey in Spanien? Denn man sieht es immer bei WM, bei Europapokal oder im Netz. Aber er hat schon ein paar Sachen angedeutet, die einfach gravierende Unterschiede sind. Also ich glaube, das wird eine ganz coole Folge mit vielen Infos. Und da wird der eine oder andere auch verwundert sich die Augen reiben, wie es in Spanien abgeht. Wunderbar. Dann würde ich sagen, liebe Leute, bleibt alle gesund. Betet, dass der Corona-Gott mal langsam von dannen zieht, dass wir anfangen können zu spielen hier. Und Sven, bleib gesund. Vielen Dank für die Folge. Klar, du auch. Alle draußen auch gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. So. Thanks for tuning in to another episode of Rollercast. Be sure to subscribe on your favorite podcasting platform so you never miss an episode. We'll see you next time.